Malon Hegeneff, Blau-Berniken, Weiß, Lennart-Suhr und Gelb, Mascha, Schwendt. So, der Startmarschall Tobi Unweis zitiert sie noch ans Band. So, jetzt steht alle, der Startmarschall freigegeben, die grüne Abwehr geladen und der Schiedsrichter drückt den Startmarschall Tobi Unweis. So, genau. Ausfall, Stolz, Oberfläche, Mascha, Schwendt und Bernhard-Suhr. So, jetzt geht's mal, gleich los hier. So, jetzt geht's mal, gleich los. So, jetzt wird der Startmarschall Tobi Unweis. Zwei Punkte für Marlon Regener in rot, zwei Punkte für Benigny in blau und ein Punkt für Mascha Schwendt in gelb ohne Punkt. Denn dazu die Zeit für 55,8 Sekunden das bedeutet.